Ja, ja, habe ich. Ich würde aber mal ganz kurz mir das Dingster angucken, was wir da gerade gefunden haben. Ja, hier siehst du deine aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Ach, hier sind die anderen Gegenstände, die ich aktuell... Ja. Mithilfe der Filter kannst du Gegenstände... Ja. Hier Bücher und Dokumente, Bücher, verwende den Väter Bücher. Ja, das würde ich gern. Achso, das sah gerade so aus, als ob ich da schon drauf bin. So, wähle das Objekt, was du lesen möchtest und dann lesen wir das natürlich. Verbrannte Papiere, Punkt und Punkt. Und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auch auf. Ich bin gekommen, habe mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert. Bin mit nichts als meinen verfluchten Schwanz in den Händen dargestanden und habe umsonst gewartet. Ups. Ich dachte, die Nilfganische Truppen wären besser organisiert. Aber du, dann unleserlich, sag deinem, ähm, ach, gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber da sich unser alter Plan im Wurgefeind aufgelöst hat, werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. So, du kannst jetzt diesen Trank am Spiel verwenden. Wieso? Ja, ist okay. Gut. So, dann wollen wir der Dame mal... Komm, gab's da noch was zu holen? Was vor? Was ist das? Aha. Kann ich mir das nochmal genauer angucken? Nützliches... Okay. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Hm. Okay. Ja. 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 Dankeschön. Was soll man dann bekommen? So schnell konnte ich das jetzt gerade nicht lesen. Tja, sehr schön. Haben wir doch mal einer alten Damen. Wir sind geholfen hier. Ich hab's mal Phosphor und Holz... und dann wollten wir eigentlich wohin ganz ursprünglich bevor wir hier vorbeigekommen sind und da wäre ja auch was gewesen schön dran vorbeigelaufen von da oben kommen wir ja naja hier da ist ja Quatsch ja eigentlich oh Apfelsaft das wollte ich denn immer haben oder so Entschuldigung 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 man ist nicht böse so ich vermute mal wir sind da laut der Markierung Frage den Jäger nach dem Grundort der Leichen Na super Halte Ja okay das haben wir schon alles schon gemacht was was ist das benötigt so offensichtlich die Spuren Aber wir bleiben mal in dem blöden Modus jetzt hier drinnen. Oh, hallo, Miss Love. Hi. Ich hab dich gesucht. Nein. Natürlich. Hm. Hm. Ich hab dich sicher. Aber ich muss die Mutt töten, bevor sie jemanden verletzen. Will du helfen? Das ist, wenn du nicht mit dem Blunt in deine Bläden auf sie? Look, Leute. Hey. Pferde bei Runde, zweimal, ja. Will ich jetzt gerade gar nicht so sehr haben, um ganz ehrlich zu sein. Ah, ja, 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 Jungs. War das schon? Das ging ja easy. Und der Teig. Da ist doch noch irgendwas, da ist doch noch irgendwas. Das ist doch. Und nochmal der Teig. So, Misslauf. Oh. Dieter. Du kennst ihn? Der Armat Dieter. Wir haben uns zusammengearbeitet, wo die Arme schreit in der Kampen sind. Er war eine Stabilität, ich war der Herr. Aber das war vorhin... Ach so, ein langes Zeit. Wofür? Wir wollen schon wissen, oder? Ich bin ein Freak, auch. Ich bin ein Freak, auch. Ich bin ein anderes Kind. Ich bin ein anderes Kind. Wenn es eine Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Wir sind eine Lykanthropie. Wir sind eine Wolfe. Wir haben ein paar Mal in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Es ist meistens eine einfache, dass... Es ist eine einfache, dass... ... die Lord's Son, Florian und ich... Wir lieben uns. Wir lieben uns. Wir lieben uns. Okay! Okay Ja, da sind wir doch gerade mal glatt in Level aufgestiegen Ich habe Angst, dass die mir jeden Moment hier gleich wieder zwischenreden Oh, sind wir bald da Au, offensichtlich Hm, schön Danke Ja, danke schön Miss Love Ja, hier sieht es ja aus Da kann man auch schon was untersuchen Hm Na, schau mal Ah ja Gibt es sonst noch so Bis auf die ganzen Riesenblutflecken hier Die ja auch nicht zu übersehen sind Ja Ah, ja, na gut Ein Lagerfeuer Nee, noch irgendwas Ah ja These prints are older And deeper Heffily armored Wilfgardians probably Hm, Brücke Was gibt es denn da Was gibt es denn da Ja Ich sage jetzt nicht, dass ich hier nicht hochkomme Doch Ich muss jetzt hin Okay Ah ja Hier geht es offensichtlich weiter Wo ist denn hier hin unterwegs Ah ja Ich klettern hier hoch Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl Von Vorsprüngen festbleiben Wenn du eine breite Lücke springst Halte Dabei B gedrückt Um dich An Vorsprüngen auf die andere Seite fest Fest Was Um dich an Vorsprüngen auf die andere Seite festzuhalten Ah Nein, hier liegt ja auch wieder was rum Hm Sehr schön Ist auch nicht mehr so viel dran Oh Ja, schauen wir uns mal genau an Mhm 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 Okay, hilft uns das jetzt weiter? Ah ja. Geil, ich kann heute nicht lesen. Oh, sch- Geil, ich kann heute nicht lesen.